Es war einmal ein Königreich, das geriet in große Gefahr. Eine uralte Legende wusste von einem schlafenden Schwan, der mit seiner Zaubermacht das Land retten und beschützen könnte. Und von einem Auserwählten, der den Schwan eines Tages erwecken würde. Treten Sie ein in die Sagenwelt König Ludwig II. Erleben Sie die fesselnde Geschichte eines jungen Prinzen, der den Mut hatte, an seine Träume zu glauben, um sie als König zu leben und für sein Volk zu bauen. Kommen Sie an Bord der MS Füssen, Deutschlands erstem Musicalschiff. Begeben Sie sich auf eine fantastische Musical-Abenteuerreise auf dem Forgensee, direkt vor Schloss Neuschwanstein. Und werden Sie Zeuge, wie vor Ihren Augen König Ludwigs Mythen und Legenden, zum Leben erwachen. Untertitelung des ZDF, 2020